Hallo! Hi! War die schwer? Ja, was war das? Hä? Der Anfang war so, da hab ich ja schon ein Wasser rum ewig. Ja. Boah. Und da kommt manchmal auch gleich ein Tank. Manchmal. Haben wir Haunted Forest eigentlich vorher schon mal probiert gehabt? Jaja, haben wir. Das haben wir sogar schon mal geschafft. Echt? Ja, aber nicht auf Experte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht auf Experte nicht. Seit wann spielen wir nicht auf Experte? Ja, das ist schon eine Weile her, dass wir das... Seit wann spielen wir überhaupt Left to Dead? Oh Gott. Ja, ne. Wir spielen auf jeden Fall schon über, ja. Ja, hier kommt der... wo war denn der? Ach fuck. Warten wir jetzt die Uzi her, ihr Schweine. Sehr gut. Hast du Scheiße? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab nur einen Golfschläger. Das passt nicht mehr. Ja. Ja, eine Hand wäscht die andere. Hab ich dich befreit und du freut mich. Wieso hab ich nur einen Golfschläger und ihr habt alle so Uzi's? Ja, einer, einer, einer geht ohne Schusswaffe aus. Das ist immer so. Echt? Ja, aber beim Golfschläger. Ach so. Echt? Aber da war ich derjenige beim Golfschläger. Da war er schnell lang. Da hatte ich zwei Pistolen. Nee, ich hab Golfschläger. Ja, mit Golfschläger war ich schon immer gut. Okay, das hat er mit einem Axi. Snob. Hm. Hast du ja zu meinem Anzug. Aber hier ist die Uzi. Hier ist die Uzi. Hier gibt's dann für dich die Waffe. Ja, Gott sei Dank. Oh, eine Uzi. Ja, die gibt's hier immer. Die vierte Waffe ist immer da an der Stelle. Ja, die gibt's auch mehrmals. Ich hab's auch genommen. Und ich hab nicht mal viel mehr verloren als ihr. Da sieht man mal. Ich schalte Killer auf den Killers. Ja, so sieht's aus. Die haben den Golfschläger. Das ist ja auch einfach. Das ist ja auch nicht wieder geil, wie die da sitzen. Komm, was wollen wir hier? Nee, ne? Ja, doch. Du musst die anzünden. Sorry. Der kommt da raus, glaube ich. Der ist da drin. Ich muss die anzünden, oder was? Ja, ja. Wir müssen da rein. Lauf, Lennox. Ja, wir schicken dir von hinten ein. Ja, das ist scharfe, dicke. Ja. Ja, die ist da drin. Ganz kaum wieder. Von dem Gegner, wie du redig alleine bist. Ja, das ist jemand der. Das haben wir früher nie gemacht. Das kam, irgendwann haben wir festgestellt, dass wir einfach nicht gewitscht einfach auch mal so erledigen können. Mit nem Molly. Oh, ne Nagra-Waffe, diese Scheiße. Oh. Der ist noch Molly, ne? Habt ihr den? Im Regal. Ich hab einen genommen. Da ist aber noch einer. Ja, ich hab einen. Da ist noch ein Magnum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind auch ein Magnum. Ja, jetzt hab ich doch ein Lärm heute ver- Ja, wie wär' ich noch ein Lärm? War noch ein Lärm? Weißt du? Ich hab mir leider schon noch ein Lärm. Das ist noch eine Lärm. Ich hab da noch ein Lärm. Ja, du bist doch ein demás Lärm, oder? Naja, mein Penis ist nicht so aus Wache. Ja, aber ich weiß nicht, mein WLAN ist vielleicht zu schlecht hier. Ja, ich weiß nicht, voll zu den Scheiße. Vielleicht will ich den Rechner mal 2 cm nach links schieben oder nach rechts. Hinter dir, hinter dir Lennox. Ah, sehr gut, sehr gut. Deck mich mal Lennox. Alter, der Lennox, der killt wieder was. Oh, der lebt noch. Ja, sehr gut. Warte, jetzt schieb ich mal den Rechner rum, vielleicht wird's dann besser. Was, wenn du deinen Kerchner verschiebst, wird der ping besser. Ja, war schlecht doch. Jawohl. Jawohl, wo ist der Molli? Da, äh, muss man da unten, bei da unten rechts, muss man da oben läuft, ist rechts. Oh, shit, ah, fuck. Ich bin rückwärts gelaufen. Hä? Hat den Autos erwischt. Da hat er genau der Baum. Ja, den hat aber niemand mitgenommen. Nee, den hat keiner mitgenommen, es hat doch gar keinen Ort. Nee, den müssen wir nehmen. Hä? Ja, aber wo? An dem Baum rechts? Wo denn? Nee, runter und dann links. Links. Also, wenn du hoch gehst, rechts. Da ist ein Medifact-Zombie. War ein Blatt? Ah, ja, ja, ja. Kein Nackermache wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist er runtergerollt oder so. Nein, ich hab mich, hab mich, hab mich. Aber ich hab nen Charger bei mir. Ja, der ist ein Hunter. Aber ich hab nen Charger bei mir. Ja, der kommt doch wieder. Ja, der braucht so viel. Hat jemand einen Nackermache oder ist er gleich hoch oder so? Ja, jetzt hab ich meinen Nackermache. Oh, scheiße, der Hunter sitzt auf mir. Hunter, Hunter, Hunter. Tritt dich um, Mann. Oh, scheiße. Oh nein. Der ist auf mir. Oh, shit. Der ist auf mir. Ich hab keine Muni mehr. Ja, da uns ist jeder neben. Mach du das mal, Wittgers. Ich geh nen Save-Room. Mach mal was? Ach, den kann aufheben. Nee, den kann aufheben und dann komm. Ich geb ihn schon mal rein. Ich hab keine Muni mehr. Dann hau sie. Mann! Der Lennox hat auch keine Muni mehr. Ja, wir sind ja gleich rein. Dann hau sie wieder rein. Ja, aber ich hab keine Muni mehr. Ah ja. Hmmmmmmmm. Hm. Ah ja. Der war doch gut. Ich glaub, halt immer so drauf. Die haben GTA falsch geschrieben, die Idioten. Ich hab die auch nicht mal rein. Ich hab die auch nicht mal rein. Sie haben GTA falsch geschrieben, die Idioten. Das ist ja auch GTA 2. Ja, das heißt eigentlich GTB. Okay. Warum? Aber steht das B? Das wird gepackt. Nee, aber... Ja klar, da brauchst du alles, was du kriegen kannst. Alles, was du hast. Oh, da ist ein Medifact-Zombie. Nehmen wir die Mangel. Der hat nur den Molotow-Hack liegen lassen. Ja, das war auch nicht schlecht. Wer den Molli nicht ehrt, ist der Macker nicht ehrt. Ja, okay. Der Nachschmeißer an den Molli besser. Oh, okay. Nehmen wir das Adrenalin noch mit? Ich hab schon. Einer von euch könnte Adrenalin noch nehmen. Olpes, Karl. Wir haben alles, was wir kriegen können. Hier drin im Klo. Im ersten Klo. Da ist schon wieder ein Jockey irgendwo. Was wird los? Vor allem kommt mal wieder rein. Hier drin kann man es viel besser verteidigen. Ja, wo du rechts hast. Ich bin hinter dir. Hinter dir. Ach ja, da ist eine Spritze. Ich bin hinter dir nicht ehrt. Wer die Spritze nicht ehrt, ist das Medi nicht ehrt. Ich bin nicht ehrt. Äh, die kommen von mir wieder rein. Oh, vielleicht gehen wir noch wieder rein. Ja, vielleicht gehen wir noch wieder rein. Ja, ich würde hier gehen, wenn es ruhiger wird. Bei allem ist drin auch Muni. Die Frage ist, ob es jemals ruhiger wird. Ja, doch so kurz wird es, als wenn es mal ruhiger wird. Oh, jetzt kommt ein Charger. Achtung. Die laufen einfach am Zaun im Klang. Okay. Ja, das habe ich vorhin aber auch probiert. Da hat es mich aber auch gefickt ohne Ende. Ach du. Ja. Fank. Fank. Äh, das war alles zurück, oder? Fack. Die soll ich anstecken. Ja, ich werfe, ja. Mach du, mach du, mach du, mach du, ja. Ja, wenn der hier unten ist. Dann können wir doch mal Muni holen. Ja, da ist er ja schon. Sack, es ist. Ah, jetzt kommt mal ein Auto. Kommt der mit? Ja, vielleicht gehen wir immer schon mit dem Mäuschen da hoch. Ja, lassen wir hochgehen. Vielleicht kommt dann weniger. Ist gut da irgendwo. Ah, der Kack. Mist, ich bin voll durch. Ja, ja. Wegen den Stein. Ich hab grad wieder den Witkers getroffen. So. So. Hey, Witkers. Ich tu ja. Scheiße, Scheiße. Das war die Rache, dass du Fünscht hintergenommen hast, oder was? Nee, ja. Ich bin voll auf dem Charger. Ja, aber der Dingo lebt doch noch, oder? Ey, mich hat ein Charger, der macht mich fertig im Haus. Das ist richtig dumm. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab nicht mitgeregt, dass einer hinter mir ins Haus gedüst ist. Und ich hab dann mit einem Reflex auf die Ungeräten. Ja, so geht's mir öfters mal. Scheiße, ein Zombie. Dass du da dich da anschleichst irgendwo. Und dann denk ich, dass da nur Zombies und mich rum sind, und dann treff ich dich. Oh, da ist ein Tocke, da ist ein Tocke. Sehr häufig. Der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ah, der Kall ist doch da. Hä? Was, der lebt noch? Boah. Da ist ein Charger, da ist ein Charger. Und oben gab's die geile Pumpgun. Sehr gut. Ihr müsst mal nach oben gehen. Oben geht's immer die geile machen. Was gibt's die 30er letztes Mal? Jetzt die Pumpgun? I'm too young to feel this old. Oh, fuck, ey, hier. Ich hab hier großes Hustkonzert, ey. Ich muss gleich mal hoch, kurz. Die sollen runterkommen. Oh, ne Scheiße wieder, ey. Echt ausgerechnet jetzt. Hier ist die AK übrigens. Da ist keine Pumpgun mehr. Ne, ne, die hatte ich genommen. Achtung, die kommt. Oh, fuck, ich muss kurz mal hoch, sorry. Der macht dich eitel. Ja, ja. Hinter dir fallen. Wo ist die AK? Die ist hinter dem LKB. Achso. Stop shooting me. Ja, das war richtig dumm von mir. Das, 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 das kotzt mich an. Also ich sehe keine AK noch. Da ist ein, da ist ein Molly. 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 Äh, ne. Der ist ein Joggang. Oh, ich weiß nicht, worum. Geil, Medipack-Zombie. Hey, da ist Medipack-Zombie. Der ist ja noch. Ne, der ist ja noch. Schenk, 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 schenk. Ja, sehr gut. All wieder abgestaut. Wo, wo, wo? Da war doch vorhin. Hier, 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 hier Medipack. Achso, kann ich den selber nehmen. Wo, wo, wo? Hier, 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 hier. Hier ist ein Molly. Ah, den nehme ich dann. Wo, wo, wo? Ah, ja. Ach man, da ist keine Muni hier. Ja, wo gibt's hier noch kleine Waffen? Ich hab nur die Scheiß. Ah, nehm stehe ich. 16. 16. Das ist extrem kacke, dass es da keine Tromarallen gibt. Ey, wollen wir los? Warte mal. Ich, ne, dann warte ich jetzt noch. Ja. Die schwerfen Molly nach hinten. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Sehr gut. Du laufst, dann hast du kreuz und quer. Die scheiße M16. Ja. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh, die war sehr gut. Die war sehr gut. Die war sehr gut. Ja, oh, das war doch mein Kehling. Oh, wo hatten wir die ganzen Pipes her? Also, was laufig? Ja, das war doch mal schlecht. Ja. Komm, 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 get your ass up! Wie, komm, Schocke und Splitter. Schocke und Splitter. Wir müssen ja mal kurz vielleicht warten. Alter, dann nimm ich deine. Die ist eigentlich sogar besser als die 15er hier im Verteidigen. Ich brauche den Haken. Ich habe ja eine. Ja, wir haben es. Sehr gut. Sehr guten Männers. Sehr gut. Ich glaube, es ist ja der nächste Mal weg für 4-0. Wer wird sich wundert, warum wir das gepackt haben. Warte mal kurz, warte mal kurz, ich bin noch mal tätig. Was? Das ging jetzt leichter als gedacht. Aber da hockt dann der Witsch im Weg, gell? Übrigens. Die kann uns nichts mehr anrichten. Ja, aber wenn es dumm läuft, stirbt einer. Nö, nö, nö. Das ist gar nichts. Ach so, Alarmauto. Die hockt da unten direkt. Die Jockey-Achtung. Ach, fuck. Ja, die kommen auch halt draußen. Ja, der Port hat die Witsch aufgeweckt. Kaffger demais. Unterkopf. Ach, ach. Schau. 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 Schau, Spitter. Warte, und das Auto blinkt, gell? Das Auto blinkt, ne? Ah ja. Na wie kommt man da runter ohne das? Ja da, genau da so. Ich bin wieder da, jetzt freu mich das mal ruhig So Ja, jetzt sind wir wieder gesteuert, jetzt muss man wieder neu starten Scheiße. Ja, wieder neu starten Scheiße, das Level haben wir nicht gepackt Der lügt noch Ja, haben wir gerade gesagt, hau mir da mal den Dach und klappt es Ja, das ist also, wenn du so eine Machete hast, dann ist das schon echt gut Oh Mann Ja, aber der, aber das ist schon echt wichtig, weil ich bin ja da eben in diesen einen Raum da noch reingedüst Der gleich am Anfang von dem Alarm ist, und da ist ja immer eine Pipe drin Und die hat am Anfang nochmal die Zombies gezogen Und da konnten wir uns ein bisschen weiter bewegen schonmal Ja, und daneben am Zelt war auch noch eine Pipe, das war auch sehr gut Ja, da gibt es ja keine Muni Ja, keine Muni, ne Nein, fuck Also hier waren wir ja auch schon, gell? Ja? Na ja, ja, ne, als wir mal zu dritt das angespielt haben, ohne dich Da haben wir auch gesagt, das Finale schaffen, schaffen wir nur mit dir Ist ja da im Benzinkarnis da angeschossen, oder? Ja, ja Ich will jetzt mal ne excheite Waffe Oder wenigstens Muni Hier Hier sind Baseballschläger, reicht das? Ja, nur die wir haben nicht verkehrt Ich hab ne Axt Das ist ne grüne Tonne Wir haben geklopfend, ne? Ja, richtig Bist du ja, wo es weiter geht? Äh, ne Da hinten wieder hoch, oder? Ja, ne Aber nochmal, da war doch was Da liegt ne AK Achso, das ist eigentlich neulisch, aber auch nix Ja, nehm ich doch die AK Und noch ein Medipack liegt hier Ich bin so scheiße Was, AK? Wo wäre denn, dann kann ich mich auch ein Ja, der wäre dann abgelehnt Ja, der wäre dann abgelehnt, ne? Dann nehme ich das Willipack mit Und die AK habe ich genommen, ne? Da, Muni! Nein! Ey, man, dass wir noch wirklich mit der gucken hier Ja, da kommt auch von hinten Da ist die Sorte vielleicht Vielleicht wenn die weg sind, müssen wir da runter Da ist er noch mal möglich Oh, es war alles Oh, es war alles Oh, du bist da ziemlich Fuck Ich bin nicht runterkommen Da oben, dann können wir dich nicht mehr holen, ne? Geh Ja, ich hätte gedacht, wir wollten ja mal davon Folgt ihr auch! Auf Instagram! Und Twitter! Und Facebook! Oh scheiße, man! Das ist grad so heftig hier, ey! Ich mach immer so lang! Ja, du hast nen Charger an, da ist ein Puller und das Ritter auch! Da kommt nen Jockey! Achtung! Jockey! Jockey! Oh scheiße! Ja, nix! Wer ist denn der? Hol erstmal mich! Hol erstmal mich! Genau! Ja, wir hätten halt erstmal in Ruhe oben auf dem Ding, so wie ich grad! Ja gut! Ja, das Problem ist, der Alarm ging erst los, als ich runter bin! Ja, wir sind halt noch keine Profis! Ja, okay, gut! Nee, der Alarm ging erst los, als ich runter bin! Das geht erst dann ab! Ihr könnt mich auch unter meinem Künstlernamen Kromchick nennen, also so ist es nicht! Maulavchick vielleicht! Da hab ich keine Pumpgun, das ist schade! Ach doch, da ist einer! Mach ich die fertig! Bitch! Weil das Spaß macht! Nein, das ist eine AK! Die hab ich da hingelegt! Wenn es einer will, ich hab sie da hingelegt! Weil ich hab die Pumpgun genommen! Sollte ich auch nämlich leer! Sehr gut! Ja, die AK hat noch ein bisschen mehr Pumps als die M16! Ah ja! Also die AK ist die beste Waffe zusammen! Also für mich ist die Pumpgun, aber die AK ist eigentlich die beste Waffe! Ja! Ja, die Skar! Ja, Quatsch! Ja! Skar ist genauso gut wie die AK! Ja! Nee, ach Quatsch! Mann, so ne Scheiße, was ist denn das hier? Jetzt muss man hier die Bretter wegschlagen, oder was? Ja, du musst halt auch treffen! Warte, oh, steck da mal was an! Oh, oh, ja, okay! Oh, der 30er, hallo! Was! Ja, die lag da unten auf dem Boden! Ne! Ja, der ist noch da an, K! ein stromgewehr oder sind wir auf dem klo ich nehme mal die pfeil du hast ja noch ein molly kabel aber die leidigste kannst du trennen den molly nehmen hier bei mir drin boden oder und dessen leiter hoch und da bringt wieder ein auto davon hier weit vorne oder seid ihr bald seid ihr weiter gelaufen hier ist doch mein zweiter namen ist kompass so langsam bräuchte ich irgendwann mal demnächst Die magst Mutti hier aus, aber die magst du uns sehr gut. Mutti? Mutti? Beim Edeka gibt es das. Vielleicht müssen wir gar nix machen, weil halt der Ulbis die dann vor machen alles. Wir fahren halt auch nicht schießen, sonst schießt Mutti ab. Nee, sonst schießt Mutti nur Alpern auf. Ja jetzt. Der eine muss ja arbeiten, während die anderen zuhängt. Stimmt. Oh kacke, dann geh ich mir doch wieder hoch. Warten wir mal oben, bis da unten die Luft rein ist. Dann hast du mir doch mal Deckung drauf. Oh, ich hab langsam kein Mutti. Ach so, jetzt bin ich doch wieder runter. Jetzt geh ich wieder hoch. Nee, jetzt geh ich wieder runter. Bei uns kamen damals genau da am Tank. Mutti, ein Medipack ist hier. Ja. Ich hab aber auch schon zwei. Oh, richtig eben. Der Dekalbos wird protected. Oh, da hinter mir ist noch ein Medipack. Ja. Wer noch eins braucht. Oh, die kommen auch wieder oben. Ach so. Oh, die kommen auch wieder oben. Ach so. Achtung. Da ist ja schon noch ein Axen gebrochen. Oh, das war hier scheiße. Hier kam bei uns der Tank damals. Da ist ein Tank. Ja, da kommt ein Tank. Da ist ein Tank. Ja, da kommt ein Tank. Zurück, 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 zurück. Wo kommen wir her? Oh, da unten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ja. Komm mal runter. Sind wir hierher gekommen, ey? Ja, ja. Weiß nicht, war aber wo lang? Ach, da. Da sind wir. Ammo here. Können wir den noch verarschen? Hey. Wenn der nicht zum oben kommt. Nein! Was? Du Wichser! Wie ist denn das passiert? Wie der kam von oben? So ein Arschloch. Wie hat er denn das geschafft? Der letzte. Ja, aber hier ist überall Wasser, ne? Hier müssen wir hoch. Hier oben können wir einen verarschen. Äh, anstecken. Komm nicht hoch! Du musst springen. Ja, ja. Ja, hier können wir, jetzt müssen wir, wir müssen irgendwie alles mehr oder weniger zurück, ne? Genau. Äh, wo geht denn der? Irgendjemand geht in die falsche Richtung. Naja, da wo ich bin. Naja, ja, ich bin noch ein bisschen. Äh. Kommt der jetzt da oder kommt der nicht? Also ich bin wieder oben auf der Straße. Haben wir noch Molly? Ah, der auf der Spiegel muss irgendwie auf die Straße raus. Ah, der ist da unten. Geil. Ich hab den fertig gemacht hier. Ey, der Killer auf der Killers. Ja, guck mal hier, an der Leiter hab ich den schön rotiert. Schön penetriert. Genau, den hab ich so richtig eingebaut, ey. Wo ist denn der Karl eigentlich? Das ist ganz schön verwinkelt. Der Karl, der hat sich mal kurz hingelegt. Ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt im Himmel. Karl hat sich hingelegt. Ah, naja. Der ist jetzt im Paradies. Ah, warte mal, du bist... Ach so, du bist so. Kommt so ein Penner-Deepi oder sowas oder irgendwie was in der Art, ne? Warum fällt da jetzt ne Kiste runter? Die hat er Jockey runtergeworfen. Ja, der ist da oben, der Penner. Nein, schieß runter. Oh Gott. Äh, wenn du mir Pillen gibst können, brauche ich mir nicht heilen. Oh ja, sehr gut. Achtung! 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 Und das fällt ja gar nicht mehr auf da oben, ey. Ja, das sind nur zwei... Da lebt noch, da lebt noch, da lebt noch einer. Kommt hier gleich hoch. Ja, diese, diese Schwamm, äh, Schwammzombies, ne, Matschzombies, die halten mehr aus. Ja, ja, ja. Was liegt da hinten? Und? Muni oder was? Ja, Muni. Warum liegt da Stroh? Oh, rumrum. Der Pipe, Wolpes, also du hast schon was. Ja, deswegen... Hunter, 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 Hunter. Ja, klar. Hanna, Hanna, Hanna. Ich guck dir nach hinten, ich guck nach vorne. Ey, geht's gar nicht weiter. Äh, scheiße. Ja, wollen wir jetzt vielleicht ihn geworfen. Geht hier weiter? Nee, auch nicht. Handung! Geht's denn weiter? Ja. Da sind noch nichts. Ja, dann haben wir uns voll auch. Den hätten wir noch gar nicht lang gemacht. Oh, kack, Mann. Ah, hier geht's, glaub ich, weiter. Mach auf hinten. Leider ist schon hinten. Ah ja, der geht's weiter. Hier geht's weiter. Oh, Mann. Aber das ist ein Charger irgendwo. Warte, der steht hier in irgendeiner Scheißseite. Achtung, nicht querlaufen. Da ist er. Da ist er natürlich. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Leute! Ja, ja, ich war selber auf dem Boden. Ich musste gerade aufstehen. Ich muss nachladen. Und Karl, was war mit dir? Warum hast du jetzt gerade... Hallo, was war mit dir, Karl? Du hast nur zugeklotzt. Ich hab mich versteckt. Entschuldigung. Ich hatte kein... Au, wau, wau, wau. Äh... Ach, schätze, die bilden uns auch schon allein genommen. Da oben ist der Karl. Was? Ja, ich kann dir noch unternehmen gehen. Ja, ja, ja. Ich mach das immer so. Ich mach das immer so. Ich mach das immer so. Voll qualt. Ich bin das schon. Oh, da kommt. Jockey, 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 Jockey. Oh Gott. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Der Jockey ist bei mir. Nee. Ja, okay. Oh, ich hab noch einen Smoker. Sehr gut, sehr gut. Ach, kaum ist der Karl wieder da. Zauen die mir ins Genick, Mann. Was ist denn hier? Was? Junge, das war alles unnötig gerade, aber gut. Nö, das war nötig. Oh, du kommst. Sehr, sehr nötig. Scheiß. Scheiß-Sniper. Wut der Heck ist der Charbon? Das hab ich wieder vergessen. Ja, weil ich wusste gar nicht selbst, wenn der Zombie jetzt lang kam, oder? Ja, der ist nicht mehr weit. Schieß den Zombie in den Rücken. Oh, das war knapp. Nö, nö, ich glaub nicht. Nö. Da vorne ist eine laufende Bitch immer wieder. Ah, fuck, Mann! Was ist das denn hier? Oh, fuck. Ah, der war gut, der war gut, der war sehr geil. Ah, der war gut, der war gut, der war sehr geil. Ich hab nur einen Molly. Ich kann nur einen Molly schmeißen, wenn dann. Ein Molly für Polly. Oh, oh! Die ist wieder echt pissen. Oh, oh! Das war doch. Oh, oh! Voll easy going! Er war voll der Spaziergang, ey! Oh ja. Oh ja. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Also dafür dachtest du, dass du fast das halbe Level nicht dabei warst, war das gar nicht so schlecht. War okay, ne? Sonst hätte ich 300 gemacht. An einem guten Tag, an einem guten Tag mache ich 300. Liegestützt. Äh, do you eigentlich, do you eigentlich record, ja, ne? Yes, 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 ich muss nur die Hälfte gefüllt rausschneiden, ne? Mit, mit euren 100-Schichten und so. Sonst, ähm, steht dann der CIA vor der Tür. Mhm, im Regen. Woanders verteidigen. Du hast zwar dein Büro, aber... Oh man. Ja, da oben drauf dann, wo wir die Molli sie gebrochen haben. Wir könnten einfach auch featen. Featen! Genau, für die Stelle und danach stellen wir es wieder auf, auf, äh, auf Experte. Ja. Ja, das haben wir ja noch nie gemacht, der weiß. Oh, du gerät mich. Ich weiß nicht, warum wir die herkommen. Oh, der Igel 007. Der Igel spielt wie der Counter-Strike. Ich hänge, ich hänge, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Hängt der da rum? Da ist Jockey auf mir, Jockey auf mir! Jockey auf mir! Jockey auf mir! Am, ey, jetzt liege ich jetzt... Wir starten schon scheiße! Oh Gott, das ist ja schon... Also wir starten jedes Mal scheiße. Ja. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es ja gerade dann. Naja, ich weiß nicht. Das war vorhin schon scheiße, aber jetzt war's noch scheiße. Ja, gut, dann sind wir jetzt zusammen mitgestorben. Ja, ich liege ja noch, gell. Das ist vorhin haben wir ja schon scheiße. Aber jetzt ist noch zehner Scheißer. Ja, wir bestellen uns... Eine Pizza. Und legen die dann morgen. Oh, nee. Thunfisch. Und für den Lennings gibt's ne Thunfisch. Weil das so gerne Fischgeschmack mag. Und eine mit Gurken und Käse. Seriously. Arsch. Ha. Salatgur gekitzert, das wär immer was. Reloading! Kannst du dir einen Arsch decken, Salatgur? Hahaha. Mach ich auch. Ja. Ich weiß nicht. Das ist regelrecht. Das ist nicht nur irgendwie... Das ist richtiger Hass. Auf ne Salatgurke oder was. Ja. Jockey! Jockey! Die hasse ich noch mehr als Smoker und das soll schon was heißen. Als mich. Ja, dich hasse ich ja. Dich, dich liebe ich ja gerade. Oh, scheiße. Den mag ich ja nie, ey. Aber den Mario Gomez. Aber den Mario Gomez. Den... 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 Den mag ich nicht so. Ah, manne! Die blöde Squats-Sau, da mag ich auch nicht. Aber ich liebe dich jetzt nur auf ner sexuellen Ebene. Ja, ja. Hab ich verstanden. Incoming! Oh, hier ist ein Defi. Der sollte noch welchen mitnehmen ist da. Ja, das ist immer Defi. Ja, irgendwo ist immer einer. Warte, ich muss mich eh heilen, weil ich hab nur noch plus drei. Sonst keine Ahnung. Oh, der kommt schon. Der hat angecharged. Supercharger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab mich jetzt hartfrisch geheilt. Mal gucken, was jetzt passiert. Äh, wo ist der Defi? Den hab ich gegessen. Ah, hier ist er. Ich hoffe. Ich hab's gegessen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir uns jetzt einfallen lassen nachher für die Brücke. Na gut, wir sind noch nicht so weit, aber... Was wir uns jetzt einfangen? Tripper. Genau. Was wir uns jetzt einfangen. Tripper, oder äh... Perfis. Da sind wir Smoker-Wichter. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Mann, ey. Ich war doch grad noch grün. Ich war doch grad noch frisch geheilt. Ich war doch grad noch... Ich war doch grad noch... Oh, Mann, ey. Wer hat denn jetzt die M16 hier mitgenommen? Die wollt ich doch nehmen. Ah, guck mal. Hier ist noch ne Popcar. Dann nimm mich doch mal. Oh, scheiße. Ich hab schon gebrauchts Spuren. Oh, die drei sind ja schon geil, irgendwie. Da lag noch ne Salatburger, aber die hatte sich schon eine eingeführt. Von hinten kommen auch noch welche. So vereinzelt, so... Über den Zaun geklettert. Ich glaub, jetzt packen wir's. Ich hab so'n Gefühl. Ja, ich glaub auch, dass wir's packen. Bis zur Brücke. Achtung! Bis zur Brücke. Ja, jetzt packen wir's. Also, wie jedenfalls bis zur Brücke packen wir's. Oh, das hat's im Stuhl. Oh, geil. Die lag ne volle AK, ne neue. Sehr gut. Siehste, ich hab nur gesagt, jetzt... Jetzt klopft er bitte noch mal. Und da vorne liegen zwei Pumagall nicht. Nicht. Komatikalisch kommt das nicht, aber nicht an letzter Stelle. Ja... Reloaden! Reloaden! Jaaa... Pff! Scheiße. Jaaa... Aber was hast du denn jetzt gemacht? Ja, da war noch einer. Ja, da war noch einer. Ja, da war noch einer. Oh, scheiße, man. Er starb geweckt. Pass auf, da ist ein Smoker. Ah, ihr sollt nicht den Hebel ziehen. Noch nicht, noch nicht. Nein, hier, hier ist noch ein Ding. Ja, das ist noch ein Smoker. Wir können uns hier reinstellen. Wie machen wir's denn jetzt? Hier rein, hier stellen wir uns rein, wo ich bin. Jeder nimmt eine Ecke. Warte mal, warte mal, jetzt kommt erstmal ne Horde. Ja, jeder nimmt eine, es gibt aber nur zwei Ecke. Ja, einer nach oben, einer nach Crash, einer nach Leben. Ja, es ist unkonventionell, ich stepp's zu. Und wenn da ging's wieder hin, kurz, dann war er verloren. Ja, ja, eben. Aber wir können ja noch vor, dann. Und man kommt wieder an. Oder wir gehen hier einfach drauf. Ey, lass doch hier drauf stehen bleiben. Ja, lass uns doch genau. Ich glaub, das haben wir letzt mal auch gemacht. Wir haben zwei, zwei nach hinten geguckt. Genau. Ey, das letzte Mal waren wir da unten. Und dann haben's ja nur der Carlo nicht geschafft. Und du bist ja auch von einem Kaput wiedergekommen. Ey, wieso geht's denn hier? Okay. Also, dann probieren wir's mal. Ja, aber der fährt ja nicht mit, ne? Ja, jetzt können wir sich aufteilen. Das ist aber so. Da fährt nicht mehr, aber wir warten jetzt bis... Warte, ich schmeiß jetzt mal einen Molli auf. Ja, genau. Genau. Oh, so. Jetzt guckle ich noch schön mit ab. Ach so, aber nicht nach einander schwingt am besten. Ich mach nach hinten. Der Lennox macht auch nach hinten. Und er macht nach vorne. Ich mach vorne ganz gut. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh scheiße, Jockey. Ja, super, gut. Perfekt. Ja, so find ich auch. Ja, so find ich auch. Jetzt guckelt alles ab hier. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich seh. Jetzt kommt er. Jawoll. Jawoll. Der Kalwider. Sehr gut. Spitter. Spitter kommt unten. Ich hab gesehen, dass er schon runtergesprungen hat. Ich guck mal nach vorne. Ich mach nach vorne. Ich sag doch Spitter. Raus. Raus. Aber jetzt ist er zu weit. Und dann ging er. Ja, scheiße. Jetzt hat mich der Hunter. Okay, gut. Ich häng, ich häng, ich häng, ich häng. Ich häng, ich häng, ich häng. Ja, ich seh's, aber ich kann nix machen. Nein, ich muss nix machen. Ich kann nix machen. Scheiße, scheiße. Ich hab nur Pistole. Ich lieg. Fuck. Na, der Anfang war nicht schlecht. Ja, aber warte mal seinen Schaden hätten. Die anderen beiden. Ja. Das musst du werfen? Ah, ja. Wir müssen, wir müssen noch ne Weile halten. Wir müssen versuchen, ohne. Ohne den beiden. Ja, wir, wir halten hier noch ne Weile auf. Macht ihr da weiter nach vorne? Ja, ich nicht. Ey, da vorne ist es, da vorne ist es da vorne schon. Da vorne geht's schon raus. Ja, wir gehen jetzt in die Hand der Dingens. Da kommt ein Schaden. Da kommt ein Schaden. Hier rein, hier rein, hier rein. Da kommt ein Schaden. Ich mach noch was ich kann. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, Wittgas. Du kannst ja rein. Jetzt geht nix mehr. In den Waggon. Hm, schlick hier an. Help, help. Okay, jetzt kann... Einer kann laufen. Nein, 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 nein. Boomer, da ist Boomer. Das ist Boomer. Ich bin so ein Abzug auf den Schlaggrad. Ne, bleib da drinnen, Ulf. Es bleibt genau da. Da muss drin, genau. Da kommt... Achtung, jetzt kommt ein Handler. Sehr gut, sehr gut. Alter, Wittgas. Perfekte... Perfekte Opferlauer. Ja, genau den sollten wir nächstes Mal werfen, wenn wir wieder ne Boomer gerade brauchen. Oh, das war so knapp. Hey, wenn du die hast, dann hast du es geschafft. Nein! Ja, genau, jetzt sind sie weg. Ja. Da, einer noch. Vorsicht. Ja. Jetzt kannst du. Luft ist rein. Ja, ich weiß nicht. Da ist noch Medi-Pack unten. Ach, da kommt einer. Da steht noch, da steht noch. Da liegt noch Medi-Fiemann. Da bin ich wieder, da bin ich, wenn du es schaffst. Warte, warte noch kurz. Ich bin kurz danach verreckt. Ja, aber warte. Ja, aber warte. Da kommt Jockey noch. Ja. Ich kann nur noch Medi-Pack holen. Hä? Nein, sind sie beide da. Nein, bist du noch nicht da, bist du noch nicht da. Hä? Warum nicht? Geh doch mal rein, geh doch mal rein mit was kommt's. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ein Jockey! Vorsicht, Jockey! Vorsicht, Jockey! Hau den Jockey weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir alle drei da, glaube ich. Aber wir können sie zerstören. Verschneiden auf die Seite. Aber, also, nimm's nicht so hart. Der Fratzengulasch ist ein Gantin. Lass dich unter Druck setzen. Fratzengulasch. Lass dich nicht unter Druck setzen, dass jetzt alles an dir liegt. Oh, da ist ein Splitter. Lass uns Splitter, langsam, langsam, langsam. Geh doch mal rein, geh doch mal rein, geh doch mal rein. Wenn ein Swalker kommt, ist vorbei. Du hast da keine Munde mehr. Jetzt kannst du laufen, du kannst schon laufen. Go, go, go. Jetzt ist es doch direkt. Oh, hau, 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 hau. Oh, hau, 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 hau. Mach, mach, mach. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Geh zurück, geh zurück. Oh, scheiße. Schlag. Ja, Hunter rät noch, oder? Du schießt. Hunter, 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 Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Oh, man. Hau, immer hau, immer hau. Schlag. Schlag. Und stresst dich nicht so. Nimm noch einen Balldreh an oder sowas. Stresst dich nicht so. Ist der da noch irgendwo? Nee, der ist weg. Hä, ist der tot? Ich dachte, der lebt noch. Lauf, lauf, lauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Alter hat ihn seine Maschine, ey. Mach das so viel schneller das nächste Mal. Mach das so viel schneller das nächste Mal. Ja, ey, da lag noch ein Medipack drin in dem Scheiß-Puff hier. Genau, und das nächste Mal bitte das Ganze noch ein bisschen schneller. Da vorne auch noch ein Medipack? Ach, ey. Wenn wir das schaffen, dann haben wir dem Allpist zu verdanken, dass wir die Scheiße hier nicht nochmal machen müssen, ey. Da vorne kommt ein Tank, ne? Ja, fuck. Oh, das war ich. Das ist der Dunk dafür. Ich wollte dich gerade teilen, übrigens. Hunter. Ja, leck die Katze am Sack. Da muss ich mich selber heilen. Ich wollte dich eigentlich. War da vorne noch ein Medipack? Ja, genau. Da ist, glaube ich, immer ein Tank. Oder? Ne. Aber da kommt mit Sicherheit noch ein Tank. Aber da kommt mit Sicherheit noch ein Tank. Aber da kommt. Einmal was zu werfen, natürlich nicht. Nope. Ich heile mal den Karl, oder? Ja, einmal den Karl. Der ist am tötesten. Ja. Bevor es noch arschiger wird hier. Noch scheiße, aber nicht. Ist ja schon scheiße, aber vielleicht muss man Scheiß fanken. Vielleicht muss man Scheiß fanken. Ja, der ist schon mal ein bisschen. Oh, scheiße. Jetzt ist aber gut, dass ich den Karl geheilt habe. Oh, das war knapp. Die müssen wir jetzt mit Waffen machen. Kannst du was aussitzen? Ich habe dich gerade frisch geheilt. Ich bin langsam an Scheiße. Oh, oh. Jetzt geht uns da gleich die Strecke aus hier. Ähm. Wir können den eigentlich hier verhasen. Wir können da zurück. Du kommst zur Schweiz zurück. Ach ja, du bist doch meine Waffe. Wo liegt denn meine Waffe? Ja, da hinten. Ja, wenn da jetzt irgendwo... Na, wir sind ja zu zweit. Oh, kacke. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe gerade eine 30er aufgehoben. Die war leer. Shit. Das war doch irgendwie so von euch einer, der das Ding leer geschossen hat. Na ja, gut. So, arg weit können wir halt auch nicht zurück. Das meine ich so. Aber wir können dem jetzt schon mal volle Breitseite geben. Ist der runtergefallen? Ja, aber... Hey, was ist denn jetzt hier los? Hä, der ist runtergefallen. Willkommen bei euch. Wir können gehen. Wir können gehen. Ammo here. Der ist down. Hehe. Das ist aber auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, will ich mal so sagen. Ah, das ist die Brücke. Da ist die Brücke. Da kann ich mir ja die... Ja, da kannst du die 30er wieder aufladen, oder? Naja, egal. Das ist so ein Effekt. Wo ist Muni? Wo ist Muni? Hier rechts. Wie hier? Der ist gerade spät. Ja, Sack. Ich hab die 30er, ne? Also nicht, dass wir zu... Oh, das... Oh, okay. Wir sind hier voll mit 4s. Ja, ich komm, komm, komm. Das ist nur noch ein Medi-Pack. Ihr müsst mal kommen, also alle her, genau. Äh, Kalb noch mal langsam, nicht allein. Warte, ich bin da hinten noch, Achtung. Ja, Achtung. Das erste ist einfach und das dritte ist einfach, aber es fährt auch sackschwer. Ja, das Finale. Das Finale ist auch schwer und schaffbar. Das ist, äh, das ist, äh... Oh nein! Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich. Fuck, ey, voll im Klob. Ich muss irgendwie fett bleiben. Ja, ich hab über dich drüber geschossen, aber du hast dann den Kopf gelegt und dann... Oh, kacke. Ja, ja. Der Charter hat mich. Ja, okay. Den haben wir. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber wir haben noch einen Defi. Das ist beruhigend. Ja, stimmt. Wir haben noch einen Defi. Irgendwo ist ein Smoker. Da ist er. Guck. Sehr gut. Der Arschloch. Ah, fuck. Ja, das war ich. Und du bist zurück. Und du bist dann, was du da gestanden. Aber wenn wir die gehen alle zu dir, ist gar nicht so schlecht vielleicht. Das ist gut, der war weh, ne? Oh. Oh, scheiße. Jetzt hat's mich auch erwischt. Oh, dieser kacke Arschloch in dem ABC-Zug da. Ey, der ist immer noch am Leben, der Smoker. Ey, aber das ist ein anderer Smoker. Dann hab ich gekillt. Hat er eine Kuma gehalten? Ja. Gibt's irgendwas hier drin? Nee. Kann ich meiner schießen und aufheben? Ja. Ja. Das ist ja langsam. Boah, der ist hier draußen. Weil mir das kommen sicher hat. Wenn noch einer grün wäre oder so, das wäre vielleicht ein Skitterland. Ja, aber wenn wir das jetzt kriegen, dann wird's gar nicht. Heute gibt's Moni, geil. Sehr gut. Der war wichtig. Schlick. Ey, einer sollte vielleicht mal... Ey, warte mal, die liegen alle weiter. Oh, kacke. Warte, warte, da kommt was, da kommt was K... Äh, bist du drauf? Ja, schieß mich gleich direkt. Ja, ja, ich heb mich dann. Dann bist du auch hier. Wir brauchen zwei grüne jetzt noch. Das ist immer weiß. Ah ne, ich bin alt. Warte, warte, warte. Ich bin grau. Ich bin grau. Ich bin grau. Ich dachte, ich schieße an den Wittgerstein. Kannst du dich jetzt mal... Ich hab noch nen grünen. Den hab ich grad Füße aus der Nerven geholt. Das war schon grünen. Wo ist denn der Moni? Okay. Den hab ich schon ganz unten hoch geholt. So. Oh. Ah, Moni. Ah ja, gut, jetzt zieht's ja. Aber bleibt mal zusammen, wir sind schon wieder verteilt. Oh, nein! Oh, das war doch langsam, wir müssen alle vertreten. Schwarz nix. Gib mich ein Auge. Oh, jetzt bin ich grau, oder? Ja. Scheiße. Was? Ach so, nicht mal reinlaufen. Lass uns an die Tür. Lass uns an die Tür. Da drin gibt's bestimmt was da drin. Hä, wieso hab ich schon gewusst, mein 30er? Ja, da gibt's was. Da gibt's was. Schock, 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 Schock. Oh, oh, oh. Das ist doch noch plus zwei. Jetzt sind noch Pillen. Aber das war irgendwann ein Start-Schick mit 30er und auf den Schock geschossen, oder was... Scheiße, die Filme-Kindungen. Ich bin grau, man. Oh, Mann. Also wenn noch einer was findet, ich bin grau. Bei mir geht nix mehr. Äh, Pillen kann ich da geben. Aber ich hab auch noch plus zwei. Ich bin doch langsamer als du. Ich denk, die müsste ich eigentlich mal schlucken. Ach, stimmt. Wir müssen da in diesen Container da draußen rein. Ja, aber die Witch. Ich hab die Witch angeschränkt. Die beiden... Oh, kacke. Die da in den Knopf kommt hinter der Tür. Die Sau. Ach du, wir müssen aufpassen. Achtung. Äh, ich werd' okay, Lud. Na gut. Dann trifft's wenigstens der wahrscheinlich eh gleich tot gewesen wäre. Warum hockten die Witch im Klo? Äh. Ich bin grau, also mich erwischt als nächstes. Hast du noch irgendwas, was wir Zigeunern können, oder? Ähm, feststellen aber mehr, ne? Ne, aber ich mein' Pillen oder sowas, ne. Ne. Da war sie drin. Oder auch so gut. Da war sie nur mit Jungs dann. Die Dreckswitch. Oh, Achtung, Jar Jar, weg, 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 weg. Ja. Da gibt's ja immer noch. Da gibt's ja immer noch. Ah. Da hinten war ne Boomer gerade, kann das sein? Ich geh in den Safe-Room rein. Oh, ich bin drin. Das ist ja sehr normal. Naja, ich bin drin. Oh, Lennig, nein, nein, scheiße. Ah, egal. Nein. Ist ja drin. Okay, das ist gut. Ja, der Alpes ist drin. Dann warte ich noch, bis die Wichser weg sind und dann... ...hebe ich auch. Ach, ich brauche mich. Dann hole ich mir noch was zum Knabbern, ey. Oh, scheiße. Das ist gut. Hey, get in here. Sorry guys, I can't go. Nein. Ahaha. Du Wichser, Mann. Ja, dann lass mich verrecken. Aber ich werd noch ein paar mitnehmen von euch, Wichser. Ich glaube noch mal länger. Ja, der Splitter hat noch mal draufgekehrt, ne? Ja, ja. Oh, da ist ein Hunter. Und, ey, ich glaube ich komm wirklich nicht raus. Ich wollt eigentlich noch mal rauskommen. Nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock das nochmal zu machen. Ich auch nicht. Weil es hat doch Spaß gemacht. Das war ein absolutes Vergnügen, ja. Jetzt sterb mal schneller. Nee, ich sterb langsam. Ja, will mich jetzt keiner retten, oder was? Das wird langsam Teil 3. Sehr enttäuschend. Die Hard. Was eine... Was eine... Ja, die 100, die 100 mehr, die hat er sich verdient. Hm. Es war ziemlich... Ziemlich, äh... Weiß auch. Nee, ach, das... Wer sagt ihn so, oder? Ich sag ihn nur fast. Mann, wieso... Mann, wieso... Wir schaffen's jetzt immer bis zum scheiße LKW und dann verspauen. Wieso, wieso bin ich so fröhlich? Ja. Fröhlich, so fröhlich. Wieso bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. So fröhlich war ich nie. So fröhlich war ich nie. Was denn? Oh, komm. So, so, shut the fuck up. Shut the fuck up, ey. Lass mich so... Nicht einmal ne... Verpiss dich, Mann. Ah, jetzt bin ich vorbei. Nein! Naja... Jetzt hab ich auch nur die Axt, na ja egal. Die Axt ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Es gab ja sonst nichts, oder was? Oh, da ist ein Ding, ein Molly. Ja, ne Pipe. Der Tank? Mein Tank? Nee, da kommt kein Tank. Tanks gibt's gar nicht. Was soll das sein? Ich hab nie gehört. Panzer. Ah. Ich dachte ein Tank, ja. Löwen Tank oder so. Oh, Kacke, da wird wieder eine gezogen. Wie, der Kall. Schiss. Ja, der Kall halt. Ein Schuss, ein Tor, der Kall. Ist hier irgendwo alleine? Ah ne, der Kall ist da runter. Ja. Der ist da ganz vorne. Der Alphys hoffentlich, oder? Der ist wieder durchgemogelt. Ja. Ah, du Wichsfotze. Wichsfotze. Wichsfotze, du... Äh, hier oben ist nur noch zwei Pipe-Bombs, noch zwei Pipe-Bombs mit hier oben. Welcher meine denn? Hermo hier! Yeah. Da ist auch einer. Aber wir haben ja keinen Molly. Egal, scheiße. Wir sollten eigentlich... Eigentlich sollten wir alle mal so ein bisschen heilen. Ein bissl aber nur. Wir haben mal ein altes Medikament. Äh, irgendwas kommt da. Ah, ja, ein Tank. So, und jetzt links vorbei. Da hinten ist ein Jockey hinter uns. Also vor uns. So, so gesehen. Aber dann knall ich ab, wenn er kommt. Oh, komm. Ah, da ist er. Kommt ihr? Ne. Ah, ihr seid ja ganz hinten. Ah, scheiße. Ey, jetzt hat der... Ah, gut. So, was macht ihr da hinten? Äh, ja, warte mal. Ja, wir haben den Jockey kaputt. Jockey skitten? Oh, ne. Ja, der Tank ist hinter mir her. Wieso ist denn der hinter mir her? Du blöde Wichs-Fotze, ey. Echt? Der ist ins Wasser gesprungen, ey. Ja, sonst brennt er wieder jetzt wieder aus. Ist wieder reiht, die Sau. Jetzt kriegt er so. Ja, gut. Der Papier hat ihn wieder geholt. Das ist das Problem. Wo ist er denn? Komm, wir müssen aber weiter. Ja, weiter. Also, der hat der Auto gestorben. Aber der hat links abgezogen, fast. Nur 20. Mit dem Auto. Wieso ist denn der scheiß Tank hinter mir? Der ist hierher gegangen. Wieso? Ich hab den nicht mal angeschossen. Ja, aber das hat doch dann nichts zu tun. Oh, der Tank. Ja, doch. Der geht immer auf den, der ihn am meisten Schaden zufügt. Äh, der hat mich. Wer? Der Tank. Der Tank. Oh, Mann ey, echt. Ich muss mal zum Olpes vor. Ja. Ja. Ja, ich müsste ihn mal aufheben. Na, wie zu uns? Ja, da hat er nichts an. Ja, da steht er noch. Also, gut. Oh, oh. Alter. ach man also wirklich jetzt dieses spiel ich bin ich am rande der verzweiflung mit jetzt bist du da konnte ich genau zu den armen ich wollte wissen ob ich das wieder darauf hause ich habe doch egal dass er hinter der leitplanung kommt das war jetzt ja nichts oder jetzt haben uns so getrennt in den letzten ich weiß nicht ob das so gut war mir doch ich bei mir geht es zu ende jetzt ist das licht auf der brennt eigentlich 321 dieses auto bedrugs auto oh jetzt kommt unser fack Wir kommen zu Arten. Machen wir jetzt den Garn raus. Wir haben überhaupt nichts gebracht, die Pillen. Wir müssen schnell laufen. Auf, komm! Wir müssen schnell... Hä? Was? Warum sind die denn schneller als ich? Scheiße, Mann! Vergiss es. Hast du noch was zu werfen? Oh, shit. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen... Oh, da ist ein Hunter. War ja wieder klar, dass da wieder ein Hunter ist. Ja, der kommt. Der kommt. Jetzt? Jawohl. Und jetzt weg, weg, weg. Genau. Bei mir liegt noch ein Hunter. Nicht unten durchs Wasser? Ja, ich bin halt noch langsam. Das ist ein Dreckspiel. Ist das denn? Echt? Aber irgendwie macht es Spaß. Wenn wir es jetzt noch zehnmal machen, dann haben wir es. Jawohl. Das glaube ich auch. Ich werde die falsche Waffe. Ja, Mann. Ja, schneller. Spaß macht eigentlich schon das Finale, weil du jedes Mal irgendwie überlegst und machst das. Ja, wir müssen... Am Anfang müssen wir eigentlich alle auf dem LKW und dann müssen wir, wenn der Tank kommt, gleich irgendwie alle zu viert vorbei. Weil eben sind zwei nach hinten und zwei nach vorne und... Ja. 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 Okay, dann gehen wir erstmal vorbei. Und wir lassen uns da treffen. as kann. Hello? Mach mir doch voll, der guckt ja dann auch. Aus, 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 aus. Stop, 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 Start. Hört auf damit! Ich schieße euch gleich ins Bein, Mann. Fotzen. Ah, da kann man jemand mit bremsen. Golfschläger. Naja, immer noch besser als gar nichts mehr. Haben wir halt keine Pipebombs, ne? Ah, da durfte er mal los. Aaaaaaah! Was? Er wird nicht abjobben, oder? Was? Nein! Ah, das war ein schlechter Start. Ja, das kannst du wieder vergessen. Nicht aufgeben, Carlo. Achso, da hängt ja einer davon. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Wenn einer Deckung gibt, kann ich Läuf... Kann ich nicht. Zombie-Pisser. Oh nein, der Olf ist gerade gestorben. Ja, dann packen wir's jetzt. Ich würde jetzt schon mal aufregen, aber dann packen wir ihn ja. Äh... Ach, Mann! Kann ich mal Deckung? Ah, okay. Ey, was für ne Scheiße, das Spiel ist so scheiße. Kann ich nicht mal? Na, Torge hat nicht. Also, das war ein absoluter Fehlstart, ey. Hä? Fick dich, Mann! Fick dich! Oh Gott! Wir müssen es irgendwie schaffen, zu viert... Auf den LKW. Ja, ne, auf dem LKW, aber wir müssen zu viert. Vor allem da, wo's die Betankung ist. Und wenn wir auf dem Rückweg zwei verlieren, sag ich mal, wer auch immer das ist, der Kack, egal. Dann packen wir's. Und wir müssen da hinten zu viert sein. Zu zweit ist schon wieder zu schwierig. Wie in der Gummizelle. Ha 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 ha. Hehehe! Das muss von außen aus sehen! good guy... Almost there! Almost dead. Must dead Eurgh... Oh, das Messer?! Wasser gab es besser Jetzt wieder keine Pipebomben Nein, zwei Smoker! Zwei Smoker! Nein! Leute! Ja, die Testspielen und getrug Ja, aber es ist doch immer so, es wird nicht leicht mit der Tests, es wird schwer Ja, ich kann wieder Tore Ja, jo, genau, genau Da waren zwei Smoker Normalerweise wird doch immer ein Smoker Hübschen auf, ich geb Deckung Ich geb Deckung, genau Ach, der ist ein Mittel-Tag Ganz schlecht Da kommt der Auto Wir wirft das Auto Wir wirft das Auto Stecken alle geweckt, denn mit dem Auto ist es auch frei gestern Er schaut nix Achso, ich häng, häng, häng Ich häng! Oh! Ach, scheiße! Ach, wo ist er denn? Kommt der zu uns? Ja, der kommt! Da ist er! Jetzt kommt nochmal Hand auf mir, Hand auf mir Hand auf mir Na klar Ach, f***t euch, ey! Ach, f*** dich, Mann! Du fatzen Krüppel! Ja, das war's! Hehehe Alle noch dreimal mach ich's Hehehe Hehehe Bei mir hab ich's mit Ja, bis zu ein Uhr Oh, Gott, ey, Gerd Gott, ey, Gerd Das ist irgendwie Hello! Irgendwie zu krass Erscheinend schaffen wir's jetzt demnächst Und dann... Dann war da kein... Nicht genügend Speicher da Hehehe Achja, stimmt! Das ist ja auch noch so ne Sache Das wär natürlich übel Wer auf uns zu hauen, Rollflames Hehehe 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 Ah, das ist gut Ich kann schnell mal pfeffern dann Wer hat sie pfeffern? Pfeffern? Oh, richtig! Ey, wir haben ja noch was zum Pfeffern übrig gelassen, gell? Was denn? Ja, bloß ein Monty Ja, jetzt bin ich halt natürlich noch hier hinten Na egal Ja, aber warum? Warum denn auch? Oh, scheiße, mich hat ein Smoker Komisch, 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 komisch Na sehr gut, danke Hehehe Hey, wo kommt denn her? Wie der? Der hat nichts Warte Ja, jetzt haben wir es wieder auf den Endfall geschafft, das ist schon mal gut Äh, ah, ne Schade Gut, äh, ja So weit, so gut Was machen wir jetzt ja eigentlich? Wir sind noch nicht schön jetzt noch probiert Erstmal gleich mit dem Stuhl hier Oh, der hat aber Da ist es bitter, Homba Ah, nein, ey, Junge, der ist bitter, ey, das gibt's überhaupt nicht, Junge, der ist schon wieder hier Ja, da muss ich mich heilen, dann muss ich mich langsam schalten Ja, da ist er Kann man ach so, der Dach mit Boah Wir haben, wir zündeten an Der, der kann haben wollen Okay, dann werfe ich Aber der müsste treffen wollen, wir haben noch einen Ja, ich wollte eigentlich vorbeigehen Ja, lass uns einfach vorbeigehen erstmal, oder? Oh, ja, der hat kommt Oh, ja, der hat kommt Oh, ja, der hat kommt O nein, der hat kommt Oh, nee, 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 jetzt kommt er zurück, 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 zurück Dann auf der anderen Seite hier übers Geländer Okay, da kommt es von hinten, ne? Nee, oder? Oh, das ist bei mir vorne, ne? Oh, wer Oh, wir Stecken an, stecken an, stecken an Ja Oh, wo ist denn schon okay? Er ist schon mal vor, oder er hängt halt, ne? Wir müssen aber vor, wir gehen vor Wir können doch recht teil gehen, da wo ich dann geh Ja, der kommt dann aber auch auf jetzt Ja, da kommt noch auf jetzt Da kommt er aber auf jetzt dass wir bei bau nehmen wir die pfeilung lieber mit hier dann lassen wir auf die anderen stecken scheiße ich bin am arsch ich bin hängen geblieben und dann das ist doch scheiße da geh ich nie wieder lang sehr wichtig sehr gut sehr gut sehr gut guckte die scheiß man hier wenn wir schaffen schaffen wir es während der noch ging es bums der wir müssen alle ja ich hab die karl muss doch hier sein wieder hier beim noch eine pfeilung hast du ja schweine wenn wir es jetzt packt um nicht wir müssen zusammen bleiben ganz eng zusammen hinter dir scheiße egal egal kommt 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 nicht mehr durch auch weiter 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 auch kacke handel sehr gut aber ich habe meine rohbombe rausgehauen aber der handel macht mich fertig ja ihr schafft glaube ich noch film drin scheiße der hand der junge da kam doch von hinten hand also wirklich ganz ehrlich bist du noch da ja da kam ich noch da lauf 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 das ist gar nicht so schlecht wollte eigentlich stehen bleiben sehr gut ach stimmt da kommt noch mal einer doch da die du rechts rum karl nein nein lauf 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 weiter schneller schneller ach der kommt der kommt weiter 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 da kommt ein charger vorsicht gerade zu mir lauf genau sehr gut da kommen jetzt weiter doch scheint doch dadurch links 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 genau jetzt wieder rechts rechts ja jetzt immer geradeaus ich glaube der kauf schafft wenn was hinter mir kommt sagt dass wir haben ja aber der ist noch weit weg aber der kommt jetzt gar nicht so muss ich da rein hinten ja ab dem der charger der charger kommt steig ein steig ein steig ein steig ein steig ein alter im elften versuch können wir zwei kampagnen abhaken warte mal ich muss mal gucken ob es geklappt hat also es scheint doch aufzunehmen und das ohne boomer oder sogar 17 18 das ist heftig das war krass was ist für werte äh wie kann das sein dass ihr dreimal so viel medipacks wie ich gebraucht habt weil du öfters mal vielleicht weg warst oder so naja so fahrs mal durch wenn der scheiß joggi nicht gewesen wäre hätten wir beide gepackt das war ja das muss irgendwie daran liegen dass er ein paar mal weg war oder so ja guck mal da wurde auch deutlich weniger damage und so also das aber du hast einmal die verbindung das könnte sein so und jetzt noch was nur noch experte genau aber also Alter, was denn das war hart. Scheiße. Wenigstens noch ein Stück Absatzende. Ja. Gut. Fällen war's.